Ja, ich bin Christian Schammel, Partherapeut, Besuchungscoach, Diplomose-Diologe, mein Videoblog, wir gucken uns bei mir eine Detting-E-Mail an, meine Kurse dazu, macht die auch, kostet echt nicht viel, findest du auf libysche.de und auch für diejenigen, die da vielleicht tiefer einsteigen wollen, gibt es auch eine Ausbildung, die geht auch Ende des Jahres los. Ja, eine Nachricht von Karin Kuller und sie schreibt, Hallo Christian, ich schaue schon länger deine Videos und habe mich schon in manchen selbst wiedergefunden, vor allem in letzter Zeit, deswegen hoffe ich, du kannst mir ein bisschen helfen. Zu meiner Situation, ich bin in den 20ern und seit einem Jahr von meinem Ex-Freund getrennt. Wir haben uns 2019 in einem anderen Land, Bangladesch, kennengelernt und verliebt, erst nach vier Wochen aufgrund seines Studiums, wieder zurück in seiner Heimat nach Montenegro geflogen. Ich blieb sechs Monate dort. Das ist schon sehr globetrottermäßig hier. Während dieser Zeit waren wir täglich in Kontakt, wann immer ich Empfang hatte, auch über Videochat. Das muss ich jetzt erstmal alles verstehen. Also in dem Land kennengelernt. Er ist zurück in seiner Heimat. Ah, okay, dann habt ihr also, ja, Gott, ich meine, es ist alles nett, aber es zählt leider am Anfang nicht so richtig. Es zählt nur, dass die Zeit, wo man sich wirklich physisch sieht, so, ne, das ist zwar schön, den Kontakt zu halten, aber es, ja, ermöglicht häufig in so einer Fantasie zu bleiben, ist schwierig, ne. Ja. Aber gut, das ist natürlich das, was man machen kann, ne, klar. Als ich nach sechs Monaten wieder in Deutschland war, besuchte ich ihn zwei Wochen in Montenegro. Es war sehr schön, aber teilweise auch sehr schwierig, da ich bereits feststellte, wie unterschiedlich wir beide sind. Er ist eher kühl und rational. Ich bin sehr emotional und versuche viel auf die Gefühle anderer zu achten. Trotzdem sind wir uns in den zwei Wochen näher gekommen und schließlich auch zusammengekommen. Ach, ihr wart noch gar nicht zusammen, ey. Ich würde sowas ja nicht machen. Also wenn man sich jetzt wirklich zusammenkommt im Urlaub, okay, aber ansonsten einfach, weil so viele Fantasien entstehen, würde ich sagen, du, pass mal auf, wir kappen das hier mal und wir gucken mal, wo wir in sechs Monaten stehen und dann melde ich mich wieder. Aber, ach, das ist, aber gut, das ist, wie gesagt, das ist menschlich, alles gut, aber da gibt es dann auch gar keine Basis, so richtig, ne. Aber gut, ihr seid zusammengekommen. Als ich nach diesen zwei Wochen nach Hause kam, meldte er sich immer noch jeden Tag, doch die Antworten kamen mir immer desinteressiert und unaufmerksam vor. Ja, auch er war vielleicht in irgendeiner Fantasie, wie das zwischen euch ist und du fühlst dann jetzt bestätigt, er aber nicht, ne. Und jetzt entwickelt sich die, eure Beziehung schon rückwärts. Und wie gesagt, es zählt nur die Zeit, die ihr zusammen wart. Das sind, glaube ich, sechs Wochen. Das heißt, eure Beziehung entwickelt sich nach sechs Wochen schon rückwärts. Weißt du selber, was das heißt, denke ich, ne. Nichts Gutes. Kleiner Spoiler. Ja. Ähm. Auch Video-Chatten wollte er noch einmal die Woche. Ja, also du kannst es an dem Punkt, ich könnte es eigentlich jetzt abkürzen, kannst es einfach beenden. Was willst du da machen? Willst du, Gras wächst nicht schneller, weil man dran zieht, ne. Das ist einfach, ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht selber beendet, aber offensichtlich, ähm, was jetzt total legitim ist und auch nichts über dich aussagt, ist es nicht so, wie er sich das gewünscht hat. Oder, ja. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist auch sein Hamster krank geworden. Also man weiß es am Anfang, man weiß es einfach nicht. Vielleicht gibt es noch eine andere Frau oder whatever. Aber ich würde, wenn eine Sache einfach nicht zündet irgendwie, dann, und wie gesagt, das Video-Chatten zählt einfach nicht, ne. Wenn die nicht zündet, dann zündet sie nicht. Fertig. Das ist auch keiner schuld oder hat irgendjemand was falsch gemacht oder passt einfach nicht, ne. Jetzt gucke ich mal, ob da noch irgendwas Wesentliches kommt, äh, dass meine erste ernsthafte Beziehung war, fiel es mir, äh, sehr schwer, meine Wünsche und das, was ich brauche zu äußern. Also wenn das jetzt deine erste Beziehung war mit Mitte 20, dann frage ich mich, ob du ein Thema mit Bindungsangst hast, vor allen Dingen, weil du dich in so ein bindungsängstliches Szenario begibst, ne. Die Frage solltest du mal wälzen, glaube ich, wären bei mir Module 4 und 9, in diesem Falle, äh, ähm, orientierte mich meistens an ihm, ja, das, ja, Modul 1 stand da so ein Dealbreaker, ne, musste einfach sagen, hey, sorry, das geht für mich nicht, das so nicht, nicht mitspielen, wenn sich das so zurückentwickelt, sondern sagen, was, was soll der Scheiß, was ist hier los, ne. Meine kann man sich eigentlich schenken, aber gut, um das zu lernen. Äh, irgendwann sprach ich es an, hatte aber nie das Gefühl, dass er es wirklich ernst nahm, bis ich ihm nach fünf Monaten sagte, dass ich so nicht weitermachen konnte. Ja, das ist genau richtig. In einer Beziehung, in der ich das Gefühl hatte, zu verhungern. Danach gab er sich etwas mehr Mühe, aber ich konnte nie den Gedanken abschütteln, dass es nicht aufrichtig war. Also solche Gespräche sind was Wunderbares, wenn man länger zusammen ist, aber, wie gesagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist sinnlos, wenn Dating gar nicht erst richtig zündet, weil du kannst da nicht jemanden reinquatschen, was er dich will, ne. Warum er das jetzt weiterführt, weiß ich nicht, ne. So. So, zum Valentinstag habe ich zum Beispiel ihm Blumen nach Montenegro bestellt, ein Care-Package beschickt, anscheinend macht er das nicht. Ja, was heißt das wohl? Er ist ein sehr karriereorientierter Mensch. Und letzten Endes steht er einfach nicht genau auf dich, so hart es auch ist, ne. Also, Mann, du bist jung, such dir einen der anderen vier Milliarden Männer. Wirklich brauchst du nicht, ey. Lass es los. Wir waren insgesamt zwei Jahre zusammen. Ihr seid nicht, ich weiß nicht wo, also ich kann das nicht als Beziehung sehen. Vielleicht liege ich jetzt hier falsch, aber ich will euch jetzt auch nicht Unrecht tun, aber bisher bin ich immer noch bei sechs Wochen gesehen. Das alles andere ist letztlich eine Brieffreundschaft, ne. Gegen eine Beziehung gab es auch Telefonate, bei denen er gemeint zu mir war. Okay, noch mehr Shit. Wenn wir uns besuchten, ah ja, okay, so ein bisschen Zeit gab es dann also noch. Meistens kam er nach Deutschland, spürte ich die emotionale Distanz zwischen uns. Also, worum er das jetzt macht, ich kann es dir nicht sagen, ne. Ja, aber ich sehe keinen Sinn drin, ne. Ein halbes Jahr vor der Tretung hatten wir einen großen Streit. Wir kamen auf das Thema Zusammenziehen. Ja, aber wie gesagt, das zählt alles nicht mit. Das ist so, als wenn ihr jetzt sagen würdet, ne, wir ziehen nach zwei, drei Monaten zusammen. Naja, und er sagt jetzt, dass mir das Thema Angst macht irgendwie. Ja, weil ihr seid einfach gar nicht an dem Punkt und vielleicht würdest du ihn auch nicht haben wollen, wenn er wollen würde, ne. Das ist ja manchmal so verrückt. Aber, ja, also er ist offensichtlich einfach nicht so richtig an Bord und dann wird ihm halt alles zu viel jetzt. Aber wie gesagt, diese ganze Beziehung hat von Anfang an nicht gezündet und ich würde sowas nicht machen, ne. Dann hast du dich noch blöd angemacht, du hast gewollnt, jetzt, ja, oh Gott. Dann habt ihr euch nur alle vier bis acht Wochen gesehen. Er sagt in einem vorwurfsvollen und bösartigen Ton, dass ich ja nur mit ihm zusammenziehen wollte, damit er mich nicht mehr verlassen konnte. Ja gut, keine Ahnung, wie er jetzt darauf kommt. Also, weiß nicht, vielleicht hat es auch gar nichts mit dir zu tun, sondern nur mit ihm. Aber am Ende des Tages, ja, ich verstehe schon, dass du sagst, so kannst du nicht weitergehen. Das ist natürlich immer die Schwierigkeit an so Beziehungen über Landesgrenzen. Klar, dann irgendwo muss man dann sagen, okay, so geht es nicht weiter, lass uns zusammenziehen. Ich verstehe das auch. Aber er will es halt nicht, ne. Und dann ist diese ganze Beziehung auch irgendwo sinnlos, weil ihr euch einfach nicht genug seht, ne. Das ist ja gar keine richtige, weiß nicht, wie soll man das nennen. Weiß ich nicht, ist das nicht Zeitverschwendung, frage ich mich dann. Und in so einer Fantasie rumhängen. Und wenn es gezündet hätte, dann würdet ihr das ja beide wollen, irgendwie, ne. Gut, sechs Monate später stritten wir ständig. Ich überredete ihn, eine Therapie anzufangen. Ja, wenn man schon, das ist einfach der falsche Ansatz. Also wenn man, man kann eigentlich sagen, also wie gesagt, es sei, man ist x Jahre zusammen. Aber wenn man jemand anders eine Therapie empfiehlt, wegen der Beziehungsprobleme, ich weiß nicht. Also erstmal würde ich sagen, sollte man vielleicht Paar-Therapie machen dann. Aber gut, ich kenne den Einzelfall jetzt nicht. Aber wenn man schon, da ist man schon in so einem Retter-Modus und weiß nicht, das muss, klar kann man das mal sagen. Aber letztlich übersetzt heißt es ja, ich komme mit dir nicht klar irgendwie, ne. Und kannst du dich bitte ändern, weil da hat ja keiner Bock zu, so, ne. Und das passiert ja auch nicht in Echtzeit, so, ne. Vor allem, wenn er es gar nicht will, ne. Ähm, ah, ne, ich berüberrede, in einer Therapie anzufangen, da er tatsächlich klinisch relevante Störungen diagnostiziert bekam. Ja, das ist natürlich was anderes. Ne, das ist alles gut. Ne, dann nehme ich das zurück. Ich hörte immer zu, versuchte zu helfen, wo ich nur konnte. Dann trennten wir uns. Zwei Runden später trafen wir uns in der Mitte zwischen unseren Ländern zum Reden. Er war wieder gemeint zu mir. Ja, was willst du mit dem Typen? Ganz ehrlich, was willst du mit dem, ne. Ich müsste einfach mehr Verständnis haben. Er gab ja eine schwere Zeit. Ja, aber du hast seit zwei Jahren Verständnis. Das macht einfach keinen fucking Sinn, wirklich, ey. Es dauert zu lange, ne. Ja, Beziehung ist jetzt noch distanziert. Also, die entwickelt sich die ganze Zeit zurück. Eure Beziehung, weiß nicht, macht da doch einen Haken dran, ey. Wirklich, ey. So, für Mitte Juli habt ihr Urlaub geplant. Und fünf Tage vor Abflug ruft er mich weinend an. Er kann das nicht, ey. Lass den Scheiß, das wird ja immer schlimmer, ey. Wirklich, das wird, also ich glaube, von diesem Punkt an wird es wirklich immer schlimmer. Und ich wird wirklich, ich sehe den Sinn nicht, sage ich ganz ehrlich. Das war schon mal letztes Jahr. Mithilfe eines Therapeuten, meiner Freunde, viel Zeit und so weiter. Und deinen Videos ging es mir Dezember 21 wieder besser. Und da seid ihr wieder in Kontakt gegangen. Warum? Was soll das bringen? Das wird wieder genauso, ne. Jetzt habt ihr euch schon mal dieses Jahres im Mai wieder getroffen. Wieder in einer anderen Stadt, in Madrid. Okay. Ja, klingt alles romantisch, aber eure Beziehung ist nicht romantisch, ne. So, dann habt ihr eurer Beziehung geredet. Und du hast mir alle Fragen gestellt. Es war nicht geplant, das fühlte sich ganz natürlich an. Ich erzählte ihm, wie froh ich bin, dass wir uns getrennt hatten, dass ich während der Beziehung unglücklich war. Er entschuldigt sich auf, wirkte traurig und voller Reue. Weinte sogar. Wir kamen uns wieder näher, verbrachten das Wochenende in Madrid wie ein Pärchen. Vor dem Rückflug fragte ich, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und er, und ich antwortete ehrlich, ich weiß es nicht. Ich wollte und konnte nicht nach zwei Tagen direkt mit ihm zusammen sein. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, ne. Denn ich weiß nicht, ob sich wirklich was geändert hat. Wir entschieden, dass wir wieder nach Hause fliegen. Das Treffen ist jetzt acht Wochen her. Die ersten vier davon war ja aufmerksam, schrieb häufig. Ich war sehr glücklich, traute dem Frieden nicht so ganz. Aber siehe da, nach zwei bis drei Wochen ist es wieder genauso. Und zwar ist er nicht gemeint zu mir, aber mäßig interessiert. Sieht so aus, als wäre alles, was ich gelernt habe und getan habe in dieser Zeit der Trennung komplett wieder verschwunden. Ne, ne, es ist nie verschwunden, keine Sorge. Ich will es gar nicht schreiben, aber ich fühle mich klein und unwichtig. Ja, das sind ja vielleicht so Sachen, wo du vielleicht für dich Sachen wiederholst, die du vielleicht aus deiner Biografie kennst. Da würde ich mal, vielleicht könnt ihr das mal besprechen oder habt ihr es schon besprochen. Er hat ein nächstes Treffen vorgeschlagen. Passen wir aber nicht zusammen, bin ich zu empfindlich? Ne, zu empfindlich ist es auf jeden Fall nicht. Hat das überhaupt keinen Sinn? Ich sehe ihn nicht, aber für mich war das auch eine Entwicklung über viele Jahre, dass ich einfach keinen, wenn eine Beziehung nicht gleich zündet und die ersten sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Monate nicht einfach völlig locker und easy laufen, sehe ich keinen Sinn. Also ist für mich, aber ich bin auch älter als du, ist für mich ein Gefühl von Zeitverschwendung, hätte ich keinen Bock drauf. Und ja, es ist einfach, geht der gleiche Scheiß wieder los. Das ist, was ganz häufig passiert, ne, so und weil, was hat sich geändert? Ja, also klar, du hast jetzt irgendwie scheinbar gearbeitet in deiner Therapie, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass dann eine Beziehung besser funktioniert. Er hat vielleicht an sich, ja gut, er hat scheinbar nicht an sich gearbeitet, aber selbst wenn, selbst wenn ihr beide an euch gearbeitet hättet, dass es, wenn der Wurm so richtig drin ist, das mache ich mir echt besser, vor allen Dingen, wenn ihr keine Kinder habt und kein Haus. Und einfach frisch anfangen mit jemandem, weil das diese Tendenz, dass sich die gleichen Themen immer wieder wiederholen, man immer wieder an den gleichen Punkt kommt, das ist ein bisschen wie so eine On-Off-Beziehung, habt ihr leider auch. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.